Hey, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich sprechen um unser Support System, um unsere Gemeinschaft, um unseren inneren Circle. Den wir haben sollten, um uns das Leben etwas leichter zu machen, aber einfach auch, um die Unterstützung zu haben und zu bekommen, die wir brauchen. Denn wir können nicht immer alles allein machen. Und ich kenne das nur so gut, dass man gerne am liebsten alles irgendwie alleine macht. Und vielleicht findest du dich da auch und siehst das irgendwie auch so oder hast eben einfach das Gefühl, du musst immer alles eher allein machen. Oder du willst vielleicht auch keinen fragen, weil du dir dann irgendwie nicht gut vorkommst oder weil du das Gefühl hast, du würdest den anderen ausnutzen oder so. Und deswegen fragst du halt erst gar nicht um Hilfe und machst es dann halt irgendwie alleine. Und vielleicht kennst du das auch. Also ich bin sozusagen mit dieser Phrase, mit diesem Satz aufgewachsen auch. Wenn man will, dass was richtig gemacht wird, dann muss man es selber machen. Furchtbarer Glaubenssatz, wirklich. Also den sollte man eben loswerden oder an dem sollte man arbeiten. Denn es ist ja grundsätzlich auch so, wenn wir jetzt mal ehrlich zu uns sind, also sozusagen du und ich. Wenn wir die Sachen alle, also wirklich alles alleine machen, dann brauchen wir meistens doch relativ lang. Weil wir können nun mal nicht alles wissen und wir können auch nicht alles können. Und das ist auch nicht unser Zweck auf unserer Reise hier auf diesem Planeten, dass wir alles alleine machen. Ja, deswegen gibt es ja viele von uns und wir sind nun mal dazu da, uns gegenseitig auch zu unterstützen. Und deswegen gibt es nun mal Leute, die halt spezialisiert sind. Ja, so wie ich in dem Fall auf Selbstliebe und auf Imposter-Syndrom und auf Prokrastination spezialisiert bin. Bist du wahrscheinlich auf Organisation spezialisiert und weißt, wie man sein Büro oder wie man seine Termine am besten organisiert, dass man nichts vergisst und immer on time ist. Oder du weißt vielleicht am besten, wie man verkauft. Oder du weißt am besten, ja, wie man was Nettes für Kinder bastelt oder so. Und darin bist du Spezialistin. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann würde wahrscheinlich, ja, irgendwie nur Schwachsinn rauskommen, weil ich in diesen Sachen halt nicht spezialisiert bin, ja. Und das ist auch nicht der Sinn und Zweck davon. Und deswegen ist eben mein heutiger Impuls auch für dich, einmal zu sagen, okay, ich muss nicht alles alleine machen, sondern es gibt Menschen um mich herum oder eben da draußen auf unserer schönen Welt, die ich um Hilfe bitten kann oder, ja, eventuell natürlich dann auch engagieren kann, die mir helfen, um mein Leben leichter zu machen. Und ganz speziell möchte ich heute einfach das Thema ansprechen, hast du einen, ja, einen Inner Circle, einen Supportive Inner Circle, wo du einfach weißt, das heißt, du hast zum Beispiel, ja, also in dem Fall am besten ist zum Beispiel eine Liste, ja, das heißt, das wäre im Endeffekt schon die eine Sache, die du machen kannst, wenn du das so noch nicht hast und wenn du dir darüber noch nie Gedanken gemacht hast. Und, ja, wenn du da im ersten Moment eben vielleicht auch gar nicht so richtig weißt, wer das vielleicht ist, dann mach dir wirklich mal eine Liste, so von innen nach außen so ungefähr. Also du kannst dir zum Beispiel, wenn du sehr grafisch und sehr bildlich unterwegs bist, ist zum Beispiel einen Vierzettel hernehmen und dann malst du da einen großen Kreis und dann machst du in dem großen Kreis eben den kleineren und dann nochmal den kleineren und nochmal den kleineren. Also das heißt, dass du sozusagen ungefähr so vier, ja, vier Kreise ineinander halt immer kleiner werdend hast. Und das ist im Endeffekt sozusagen dieser Inner Circle, so wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann kommen ja diese Wellen, ja, und die werden immer größer, größer, größer. Und genau so versuch dir mal wirklich deinen Inner Circle, der dir hilft, der dir Support gibt, in den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens, mal wirklich so zu strukturieren. Okay, wer ist im innersten Kreis? Das heißt, wer ist wirklich zum Beispiel dein Partner oder so, ja? Ich weiß, ich kann meinem Partner immer um Hilfe bitten und er wird sein Bestes tun, um mir zu helfen, zum Beispiel. Oder deine Eltern zum Beispiel wären vielleicht auch in diesem ganz inneren Kreis, ja? Und dann geht man einen Kreis weiter raus und da sind vielleicht die, die zwar schon noch Familie, aber halt eben so die Verwandten, die man jetzt vielleicht nicht ständig, ja, um sich herum hat. Ja, also wie weiß ich, wie Tanten und Onkel und Cousinen oder so, mit denen man vielleicht ein gutes Verhältnis hat und mit denen man schon auch hier und da telefoniert oder wenn sie eventuell näher zusammenwohnen, dass man sich schon auch regelmäßig sieht, aber jetzt nicht wirklich auf täglicher Basis zum Beispiel. Und dann kannst du dir von diesen Leuten zum Beispiel, die reinschreiben, okay, welche, zwei, drei vielleicht, ja? Oder wenn es nur einer ist, ist auch okay, aber dass du auch hier sozusagen in diesem Circle dir aufschreibst oder hinschreibst, okay, wer, wen könnte ich auf jeden Fall um Hilfe bitten, ja? Wer hat welche Expertise sozusagen? Was ist das, was ich in meinem Leben auch benötige? Das heißt, was ich zum Beispiel, wenn du Kinder hast, ja, ist immer ein großes Thema, weil Kinder haben auch Bedürfnisse und manchmal passieren Sachen ziemlich plötzlich. Und dann braucht man zum Beispiel immediately Hilfe, ja, bei etwas und nicht erst in ein paar Wochen. Und da ist es halt immer gut, wenn man halt einfach dann so eine Liste hat, wo man halt einfach weiß, okay, den kann ich als erstes anrufen und wenn der nicht kann, dann kann ich den als zweites anrufen, ja? Und so weiter. Und so kann man sich rausarbeiten, ja? Das heißt, okay, wen hast du in der Familie zum Beispiel noch, ja? Dann kannst du noch in einen weiteren Kreis nach außen gehen. Gut, Freunde, ja? Welche Freunde habe ich, die mich supporten können, wo ich einfach von denen auch die Zusage habe, hey, wenn irgendwas sein sollte, wenn du was brauchst, kannst du mich anrufen, ja? Das heißt, schreib dir auch hier so viele Namen, wie dir einfallen, ja? Ja, also das ist jetzt da grundsätzlich immer dann unterschiedlich und man hat, es kann auch variieren, ja? Also das ist jetzt keine Liste, die jetzt für immer so ist, aber es ist einfach wichtig, dass man sich diese Liste wirklich mal vor Augen führt, dass man die vielleicht auch wirklich dann wo aufschreibt, wo man dann auch die Telefonnummern und die Adressen auch wirklich dabei stehen hat und sozusagen eben auch so eine Art Notfallliste draus macht, wenn zum Beispiel irgendwas auch mit dir passiert, ja? Dass zum Beispiel dann eben dein Partner oder so auch Zugriff auf die Liste hat und weiß, okay, ich habe da jetzt Leute, die jetzt auch mir helfen können, weil sie grundsätzlich auch dir helfen würden, ja? Also das ist auch in dieser Hinsicht eigentlich immer gut und wichtig, sowas zu haben und das vielleicht irgendwie auch so, wie man eventuell seine Hausapotheke zu Hause hat, ja? Wo man halt einfach die wichtigsten Medikamente und Pflaster und Verband oder sowas zu Hause hat für den sozusagen Notfall, ja? Oder für so kleine wie Wehwehchen, sollte man eben auch sozusagen so eine Liste haben, ja? Ja, und wenn du die Freunde durch hast, dann kannst du noch einen Kreis nach außen gehen und schauen, okay, wen habe ich denn generell sonst zum Beispiel noch als, oder wen könnte ich eben noch hernehmen in dieses Support-System von, ja, wirklich, wie soll ich sagen, wie nennt man das, Geschäftsfreundschaften zum Beispiel oder Freunde, die, ja, die man wirklich nur sehr, sehr selten sieht, ja? Weil man, Freunde haben ja so gewisse Abstufungen, ja? Es gibt Freunde, die sieht man wirklich sehr, sehr regelmäßig, ja, und in kurzen Abständen und dann gibt es halt Freunde, die sieht man halt nicht so regelmäßig und eher in längeren Abständen. Sind zwar noch immer Freunde, aber man hat halt nicht diesen ganz engen Kontakt. Aber auch hier weiß man, okay, wen von denjenigen kann ich anrufen, wenn irgendwas ist und er wird trotzdem kommen oder er wird trotzdem helfen, so gut es geht, und welche eben nicht, ja? Ja, und hier schreib dir auch das mal auf und führe dir das einfach auch mal vor Augen, ja, wie viele Leute du eventuell vielleicht hast, denn das ist uns auch oft gar nicht so bewusst, wie viele Leute wir eigentlich um Hilfe bitten könnten, was wir halt dann nicht machen. Ja, aber das ist ein anderes Thema, ja. Genau, aber da ist so viel Energie drin, ja, und das ist so wertvoll. Und das auch mal zu ehren, sage ich jetzt mal, ja, dass man eben diese Leute hat oder dass man auch so viele Leute hat. Und selbst wenn du auf dieser Liste jetzt nicht so viele Leute draufstehen hast, egal, ja, aber du hast Leute draufstehen, du weißt, du hast jetzt wirklich vor Augen, okay, welche Leute habe ich, auf die ich mich verlassen kann, ja, auf die ich zurückgreifen kann, wenn wirklich was ist, ja, und die dir grundsätzlich dann unterm Strich eben helfen können, wenn du wirklich Hilfe brauchst, ja, und warte mit dieser Hilfe nicht, bis es eben schon zu spät ist, sondern schau, dass du dir einfach früh genug auch Hilfe holst. Wir sind Gruppenmenschen, ja, also wir sind nicht dazu gemacht, komplett alleine durchs Leben zu gehen. Wir sind dazu gemacht, um in einer Gemeinschaft durchs Leben zu gehen und dass wir uns sozusagen alle gegenseitig helfen. Und das sollten wir unbedingt auch nutzen, denn jeder von uns, genauso wie du und ich, wir haben wirklich einzigartige Fähigkeiten, die es einfach nicht nochmal auf diesem Planeten gibt, auch wenn wir das manchmal auch gerne übersehen, ja, oder wenn wir uns vielleicht manchmal denken, ich kenne das von, wenn man sich selbstständig machen will, ja, habe ich schon oft genug gehört, ja, es gibt ja schon so viele von XY, warum soll ich mich da auch in dem Bereich selbstständig machen, das hat ja keinen Sinn und bla, bla, bla. Das ist alles Schwachsinn, ja, weil, ja, okay, es gibt, keine Ahnung, was nehmen wir, Friseure, ja, es gibt dutzende Friseure, ja, aber wenn jeder wirklich seine speziellen Gaben in dem Bereich dann auch ausleben würde oder sich trauen würde auch, das auszuleben, dann hat jeder genug Kunden. Warum? Weil jeder einfach eine super einzigartige Gabe hat, wie er das Ganze handelt, ja, wie er mit den Haaren umgeht und welche Schnitte und was es nicht alles gibt. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber das ist mir jetzt als erstes eingefallen, ja, deswegen. Aber jeder hat seinen eigenen Stil und jeder hat seine eigenen Erfahrungen und das bringst du ja mit, ja, und das hat kein Zweiter, ja, auch wenn wir schon, was, ich glaube, acht Milliarden oder so auf diesem Planeten sind, niemand hat hundert Prozent die genau gleichen Gaben und Fähigkeiten wie du, genau in dem Umfang. Hat er nicht, gibt es nicht. Jeder ist ein bisschen anders, jeder macht Dinge ein bisschen anders und genau das ist das, was uns ausmacht und was uns eben so einzigartig macht. Und das ist auch das Tolle daran, dass wir eine Gemeinschaft bilden können, wo jeder seinen Part hat und das wird genauso perfekt sein. Und so ist es eben auch mit unserem Support-System, ja, dass wir uns aufbauen sollten und was wir uns auch vor Augen führen sollten. Denn wir haben Leute in uns herum, die alle eine Special-Fähigkeit haben und diese natürlich auch geben können und uns damit helfen können. Und wir sollten eben aufhören, ja, das zu verdrängen oder halt nicht anzunehmen, sondern wir sollten uns annehmen, wir sollten mehr darüber sprechen und wir sollten auch, ja, dadurch eine größere Gemeinschaft bilden, um uns mehr zu helfen. Ja, weil man kann nicht alles alleine machen. Ja, ich habe selber oft früher das Problem gehabt und teilweise kommt das jetzt noch durch, ja, also ich arbeite jetzt oft noch immer dran, dass ich einfach nicht alles alleine machen kann. Aber wenn man gerade selbstständig zum Beispiel ist, dann muss man das unbedingt so schnell wie möglich lernen. Denn du hast so viele Sachen, die zum Erledigen sind und zu machen sind und damit meine ich jetzt nicht nur die Business-Sachen, sondern genauso auch die privaten Sachen, die natürlich zu tun und zu erledigen sind. Und irgendwann, ja, hast du einfach keine Zeit. Ja, es rennt dir einfach die Zeit davon. Und deswegen sollten wir uns auf die Sachen konzentrieren, die wir gut können. Und das, was wir nicht so gut können, sollten wir eben abgeben oder sollten uns Hilfe holen und suchen oder uns halt eben helfen lassen. Ja, und in den meisten Fällen ist es ja überhaupt kein Problem, um Hilfe zu fragen und der andere wird es eigentlich immer annehmen. Also ich hätte es noch nie gehabt, dass jetzt wirklich irgendwer gesagt hat, nee, 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 also das mache ich nicht. Ja, also ist noch nie vorgekommen. Ja, deswegen mach dir die Liste, führe dir wirklich mal bildlich vor Augen, wie viel Hilfe du um dich herum hast und dann im nächsten Schritt schau, dass du diese Hilfe auch annimmst. Ja, also das heißt, dass du sie auch wirklich nutzen beginnst, wenn du sie nicht schon nutzt. Ja, aber schau, wenn du sie noch nicht nutzt, dass du sie beginnst auch wirklich zu nutzen und du wirst sehen, es wird wirklich leichter. Du wirst plötzlich einfach mehr Zeit haben. Du wirst dich auch generell einfach wirklich leichter und erleichterter fühlen, weil du halt einfach nicht mehr den ganzen Backen selber tragen musst und irgendwie jonglieren musst, die 150 Bälle und schauen musst, dass irgendwie alle in der Luft bleiben, sondern du kannst ruhig mindestens 100 davon abgeben oder vielleicht ein paar streichen, dass du halt zumindest nur mehr 50 Bälle jonglieren musst anstatt 150. Ja, und du wirst sehen, es wird so viel einfacher und gewisse Sachen lösen sich dann plötzlich von selber, wo man vorher gar nicht so wirklich daran gedacht hat oder was man gar nicht so gesehen hat, dass das, ja, da sieht man, es ist einfach so, als ob sich auch ein Schleier lüftet, ja, wo man plötzlich sieht, ah, okay, na, das hätte ich ja eigentlich ganz viel einfacher haben können und hätte es ja eigentlich auch ganz anders machen können, weil ja unser Support-System dadurch, dass es die, ihre eigenen Gaben hat und Sachen natürlich auch anders macht, als wir sie halt machen, kommen wir ja auch plötzlich dann auf Ideen drauf, wo wir halt uns denken, boah, ja, stimmt, so geht das ja auch, mei, warum bin ich da nicht drauf gekommen, ja, so ungefähr, ja, weil du halt andere Gaben hast als der andere und dadurch werden Sachen ja viel schneller auch erledigt, ja, das heißt, wir sind viel, viel schneller, ja, und haben natürlich dann auch viel mehr Zeit und Zeit ist ja generell immer so ein Thema, wo wir alle eigentlich immer wieder sagen, ach, ich kann der Tag nicht irgendwie 30 Stunden haben oder so, ja, also, ja, damit verschaffst du dir ja gleichzeitig auch mehr Zeit, mehr Luft nach oben, ja, und kannst die Zeit entweder dann für dich nutzen oder du kannst natürlich Sachen machen, die dich wieder sozusagen vorantreiben, ja, oder die, die einfach mehr bringen, ja, weil oft sind ja dann auch viele Sachen, die uns halt einfach zumüllen, die wir halt irgendwie machen, weil wir glauben, wir müssten sie machen und dabei verschließen wir uns sozusagen vor, einerseits vor den Lösungen, andererseits natürlich dann auch vor den zeitlichen Ressourcen, die uns dadurch verloren gehen und andere Sachen, die halt viel wichtiger wären und die auch für, für unseren, für unseren Planeten zum Beispiel auch wichtiger wären, die, die fallen da komplett raus, ja, oder die, die sehen wir einfach nicht, weil wir halt einfach so viel Scheiß, Entschuldigung für den Ausdruck, ähm, zu tun haben, ja, und so viel, ja, so viel machen müssen, ja, oder also uns einbilden, ja, das heißt, ja, mach dir die Liste, schreib dir da auch wirklich die Telefonnummern und die Adressen und so weiter drauf, dass du da halt wirklich eine vollständige Liste hast, ja, und kategorisiere die dann halt eben, okay, das ist wirklich der engste Kreis und dann der Nächste, der Nächste, der Nächste, sodass du für dich einfach weißt, okay, wenn was ist, kann ich den als erstes anrufen und wenn der, wenn ich den nicht erreiche oder wie auch immer, dann kann ich den anrufen und wenn der auch nicht erreichbar ist, dann kann ich den anrufen und so, also, dass du halt einfach wirklich dann auch nicht lang überlegen musst, sondern dann bist du auch gleich mal viel schneller, ja, weil du halt einfach die Liste hast und nur mit der Liste durchgehen musst und dann nicht überlegen musst, naja, wer ist denn da jetzt, wen könnte ich denn da eventuell anrufen und so, ja, und wenn du es ganz genau machen willst, dann kannst du dir auch wirklich zu jedem Namen dann auch, ähm, sozusagen Kategorien dazu schreiben, für welche Themen der ideal wäre, ja, also das ist, das ist dann sozusagen, ähm, eine Eins mit Sternchen, wenn, wenn du das auch tun möchtest, ja, äh, weil dann weißt du halt auch wirklich gleich, okay, ich habe dieses Problem, ich brauche die Lösung dazu, okay, wen habe ich in meinem Support-System, den ich da anrufen kann, also dann bist du noch schneller, ja, aber mach dir wirklich mal die Liste und schau mal, was da rauskommt und, äh, ja, dann schau, dass du sie auch nutzt, ja, ja, das war's für heute, mein Input für dich für heute, ja, mach die Liste, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas wissen möchtest, was Spezielleres oder so, ja, äh, wenn du eben zu dieser, zu dieser, äh, zu diesem Denkanstoß, dieser Übung eine Frage hast, dann schreib mich auf jeden Fall an, E-Mail-Adresse ist in den Shownotes, beziehungsweise grundsätzlich eher auf so ziemlich allen Social-Media-Kanälen, ähm, das heißt, schreib mich da eben einfach an, dann helfe ich dir gern, dann können wir gern schreiben, ja, auch wenn du mit mir einfach mal so einen unverbindlichen Call haben willst, äh, um einfach mal so grundsätzlich, ähm, dein, dein Thema zu, zu schildern, ähm, und so dann, äh, ebenfalls schreib mich an, dann können wir uns einen Termin erst machen und einfach mal unverbindlich miteinander chatten und, äh, zoomen, ansonsten, ja, kann ich dir, äh, mein Freebie empfehlen, wie immer, with self-love to success, wenn du sagst, du möchtest einfach mal so beginnen, wieder achtsamer zu sein, dich wieder mehr zu erden, das heißt, wieder mehr zu dir selbst zu finden und einfach mal wieder mit ein bisschen mehr Energie in den Tag auch zu starten, dann hol dir auf jeden Fall gerne mein Freebie, äh, ja, genau, dann habe ich noch eine, ähm, kleine, aber doch wichtige Information und zwar, ähm, wird mein Podcast, also mein deutscher Podcast, ähm, jetzt immer ab zwölf, äh, online gehen, also das heißt nicht wie bis jetzt um acht, weil ich schaffe das einfach nicht, ja, äh, nicht mehr um die, um die Zeit und deswegen gibt es meinen Podcast jetzt immer am Freitag, so wie sonst jetzt auch, aber halt nicht um acht, sondern um zwölf, also so eine kleine, so eine kleine Info für dich und ja, ja, und die große Neuigkeiten, die große Info, die ich dir ja jetzt schon die letzten Podcast-Folgen versprochen habe, die lüfte ich ganz, ganz versprochen nächste Woche, ja, das heißt, nächste Woche ist es soweit, ich lüfte das Geheimnis, was ich jetzt da schon in den letzten Folgen immer wieder angeteasert habe, das heißt, schalt auf jeden Fall unbedingt nächsten Freitag zwölf Uhr wieder ein und dann, äh, kriegst du die, die geballte Überraschung, um was es da jetzt wirklich genau geht und was da kommt und warum das so, so, so geil für dich ist und, ähm, ja, du wirst begeistert sein, ich weiß es, ja, ich fühle es, deswegen unbedingt einschalten, solltest du meinen Podcast, wo auch immer du ihn gerade hörst, ähm, noch nicht abonniert haben oder meinen Kanal noch nicht abonniert haben oder so, dann mach das unbedingt, damit du nichts mehr verpasst und keine Folge mehr verpasst und vor allem nicht die Folge nächste Woche verpasst, äh, das heißt unbedingt abonnieren oder speichern und so, natürlich kannst du meinen Podcast auch gerne, ähm, teilen, ja, also eben mit Freunden oder irgendwie weiterschicken oder von mir aus auch posten, wenn du sagst, okay, das war echt ein cooler, äh, ein cooler Input, dann teile ihn gerne auch mit anderen, damit natürlich auch andere davon profitieren können, Sharing is Caring, ja, also, ähm, freue ich mich natürlich auch darüber, ja, und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, ich schicke dir ganz viel Liebe, ich segne dich mit Licht und Liebe und Glück und ja, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder, 12 Uhr, ciao, deine Eva.